Hallo und herzlich willkommen zu DevSecOps for Kubernetes-based Applications. Mein Name ist Sven Ruppert und ich bin Developer Advokat für JFrog und dort bin ich spezialisiert in dem Bereich DevSecOps. Was werden wir heute machen? Wir werden uns heute anschauen, erst einmal, was dieser Begriff Cloud-Native ist, weil das ist ja sozusagen die Grundlage, um die es sich dreht, wenn wir das ganze Ökosystem Kubernetes mit in Betracht ziehen. Wir werden dann einmal schauen, was der Unterschied zwischen DevOps und DevSecOps ist, weil es explizit hier bei Cloud-Native so dokumentiert ist und ein paar Worte verlieren darüber, warum das eigentlich ganz gut ist, mit dem Security an welchen Ecken und Enden man da ansetzen kann und was so die Keypoints sind. Und danach werden wir uns die Sichtweise eines Entwicklers anschauen, also was du als Entwickler eigentlich so zu sehen bekommst, wie du damit arbeitest und in welchen Schritten du dich diesem Thema DevSecOps oder Security nähern kannst, wenn du dann Applikationen von der ersten Zeilecode bis hin zum Deployment in Kubernetes darauf vorbereiten möchtest. Eine sehr spannende Sache wird danach noch sein, wie man die CI-Strecke beschleunigen kann durch die Art und Weise, wie ihre Repositorios strukturiert sind und was der Begriff True Immutability dir für Vorteile bringt. Die Integration in bestehende Ökosysteme ist ein kleiner Punkt zum Schluss, damit du dir noch vorstellen kannst, wie das Ganze dann zum Beispiel in bestehende Infrastrukturen integriert werden kann. Okay, das ist die Übersicht. Fangen wir an. Wenn man sich mal anschaut, was dieser Begriff Cloud Native bedeutet, beziehungsweise wenn man sich überhaupt erstmal in das Thema reinliest, dann wird man sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu finden. Es gibt sehr viele Abhandlungen dazu, viele Vorträge und, und, und. Aber zum Glück hat sich irgendwann die Cloud Native Foundation gegründet. Da sind verschiedenste Firmen drin. Und dort versucht man dem Ganzen, sagen wir mal, ein wenig mehr Struktur zu geben, sodass man da etwas hat, auf das man zurückgreifen kann in der Definition. Und da hat sich herausgestellt, dass man im Großen und Ganzen eigentlich hier von, sagen wir mal, vier Themen redet, die die grundsätzlichen Eckpfeiler einer Cloud Native Anwendung sind. Das Erste ist zum Beispiel die serviceorientierte Architektur. Was hier drunter zu verstehen ist, wird oftmals so mit den Begriffen Microservice oder Serverless Functions beschrieben und heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir anstatt einer großen Anwenderung die jeweiligen Teilaspekte eben einzeln implementieren und dadurch durch dieses Teil- und Herrscherprinzip eben die Möglichkeit haben, einzelne Teile schnell auszutauschen. Und, das ist das Gute, eben auch bei einzelnen Teilen dann Technologie neu zu wählen, was es uns ermöglicht, eben auch alte Sachen dann loszuwerden. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich klar, man kann alte Zöpfe abschneiden, man kann im kleinen Rahmen seine Expertise erweitern. Nachteile sind dementsprechend, wenn ich Senior in der einen Technologie bin, bin ich dann eigentlich auch wieder Junior in der nächsten Technologie, auch wenn man Ramp-Up als Senior natürlich ein wenig schneller sein wird. Aber prinzipiell bedeutet das, ich muss mich damit auseinandersetzen, dass zum Beispiel das gesamte Ökosystem eine andere Struktur hat, als die, die ich gewohnt bin, dass ich dort mir auch Gedanken darüber machen muss, wie eigentlich die Eckfalle der Sicherheit in diesem Ökosystem verankert sind. Und das gesamte Thema Lizenzmanagement oder Compliance ist auch teilweise doch recht unterschiedlich. Damit diese einzelnen Teile miteinander kommunizieren können, hat man sich darauf geeinigt, dass man hier ein API-oriented Communication einführt. Ist technologisch naheliegend, dass man dann schlicht und ergreifend nur noch über Schnittstellen redet. Man nimmt also keine impliziten Annahmen mehr an, was auf der gegenüberliegenden Seite Technologien oder Notwendigkeiten sind, sondern ich habe ein API und dagegen kann ich dann arbeiten. Also hier wäre das zum Beispiel irgendwie eine Restschnittstelle oder SOAP, ist eine ganze alte, aber auch letztendlich eine Kommunikation. So ein API dagegen. Damit bin ich in der Lage, also mich nur über die Kommunikation derart zu strukturieren, dass ich zum Beispiel in den Bereich Serverless gehe. Das heißt also, ich habe einzelne funktionale Blöcke, die einzig und allein basierend auf dem Eingangswert mir dann einen Ausgangswert liefern. Also im Großen und Ganzen möchte man in großen Teilen der Applikation eben auch zuständelos werden. So, jetzt habe ich diese Kommunikation. Ich habe dieses Aufteilen in einzelne Blöcke. Das sind so technische Aspekte, architektonische Aspekte. Und dann kommen wir zu einem Teil, der sich mit der Skalierung oder mit dem Management, mit dem Lifecycle beschäftigt. Also nicht nur mit der Struktur, sondern auch mit dem Lifecycle. Das bedeutet, dass hier explizit eine Containerarchitektur vorgesehen ist. Also sprich, alles wird in einzelne Docker-Happen verpackt und dann wird der ganze Zoo mit Kubernetes orchestriert. Bis jetzt hatten wir natürlich nur Punkte, die sich damit beschäftigen. A, wie die Architektur aussieht, wie die Kommunikation aussieht, wie die Laufzeitumgebung aussieht. Das sind recht technische Dinge. Und das Ganze, das, sagen wir mal, wie funktioniert das Ganze? Also wie wird entwickelt? Wie wird es betrieben? Das ist hier ganz klar mit dem Begriff DevSecOps genannt. So, und da sind wir jetzt genau an dem Punkt. Wir sprechen nicht mehr von DevOps, sondern wir sprechen von DevSecOps. Und deswegen werde ich da auf die Unterschiede gleich nochmal eingehen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Polyglot Environment. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Anzahl von Technologien verglichen mit einem Monolithen. Und das hat halt Anforderungen an. Wie stelle ich Sicherheit dar? Wie gehe ich mit Release-Zyklen dieser einzelnen Technologien um? Wie stelle ich sicher, dass ich zum Beispiel auch über meine, überall meine Compliance-Anforderungen durchgesetzt habe? Und wenn ich dann zum Beispiel eine Sicherheitslücke irgendwo gefunden habe und die ausgemerzt habe, also sprich Bugs sind behoben oder in der Labrie ist geupdatet, wie kann ich dann in meinem Kubernetes-Universum zum Beispiel sicherstellen, dass das auch möglichst schnell aktualisiert und dann auch lauffähig gemacht wird? Und dass also alte Sachen da nicht ewig laufen. Ja. Als Entwickler hat man jetzt eher so die Sichtweise, wenn ich mal so diese ganzen, diese Meta-Ebene so, wir machen Services draus und wir haben APIs und so, wenn ich das mal wegschneide, sondern nur auf die Entwicklung schaue, dann habe ich meistens so den Part, ich entwickle meine Applikation. Zum Beispiel hier in meinem Beispiel wäre es jetzt mit Maven und Java, ganz klassisch eine Anwendung entwickeln. Dann muss ich zusehen, dass die unter Linux läuft. Das ist mit Java jetzt nicht so die Herausforderung. Mit anderen Environments ist es vielleicht schon ein Unterschied, ob ich jetzt für eine Windows-Plattform oder Linux was machen würde. Aber Ziel ist hier ganz klar Linux. Wenn ich das dann unter Linux laufähig habe, dann wird das verpackt in Docker. Und dann habe ich eigentlich schon meine Paketierung so weit, dass ich das in das Kubernetes-Universum reinstellen kann. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, dieser DevSecOps-Part, der geht über alle diese Stufen, bis hin auch zum Operating. Allerdings, wenn ich jetzt hier mir diese Grafik mal anschaue, dann habe ich natürlich diese Lizenz- oder diese Sicherheitsproblematiken. derart, dass wenn ich während der Entwicklung der Library schon ein Problem habe, weil ich da zum Beispiel ein Loch habe, dann schleife ich das ja durch bis in das Kubernetes-Universum. Das heißt, je mehr ich schon beim Entwickeln der Anwendung zusehe, dass ich dort keine Sicherheitsprobleme habe, desto weniger habe ich hinten raus eben zu kompensieren. So, da kommt auch der Begriff Shift-Left her. Das ist einer der Begriffe, die einem sehr schnell begegnen. Wenn ich dieses Bildchen, was ich gerade gezeichnet habe, sozusagen kippe, das Gleiche kann man dann auch später mit der Entwicklung innerhalb des DevOps oder DevSecOps-Zyklus sehen. Je weiter ich nach links gehe, desto eher habe ich von Grund auf eben eine sichere Architektur. Also da kommt der Begriff Shift-Left her. Das kann man sich, oder vielleicht ist es auch nur eine Eselsbrücke, so dass man weiß, okay, also je weiter ich vorne an der Pipeline anfange, desto besser ist das Ganze. Ja, das sind die Grundlagen Cloud-Native. Also wir werden uns in diesem Universum bewegen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, sag mal, was hat es denn da mit dem Begriff DevOps und DevSecOps zu tun? DevOps und DevSecOps. Also, der Begriff DevOps, der ist relativ klar umrissen. Den gibt es irgendwie auf Wikipedia seit 2009 oder so. Jede Menge Literatur ist entstanden. Viele Menschen haben eine Meinung dazu. Und dann hat man irgendwann auch dort wieder das Ganze formalisiert. Und letztendlich kann man zu den Punkten, wenn man jetzt Wikipedia zum Beispiel als Referenz nimmt, dass ich also das Codieren, das Bauen, das Testen habe. Also ganz klassisch, die Entwicklung. Also ich schreibe, ich teste, ich schreibe, baue, teste. Und dann habe ich eben das Paketieren. Also ich mache irgendwie ein JAN, WRR oder was auch immer daraus. Dann wird das Ganze released, konfiguriert. Das heißt, ich gebe dem eine Versionsnummer. Dann werde ich das konfigurieren. Was sehe ich? Die Datenbankverbindung und sonst irgendwas für Produktion. Und wenn es dann läuft, wird es gemonitort. Also im laufenden Betrieb muss ich natürlich auch Metriken mir dort herausholen. Jetzt ist es so, man hat ja damals gelernt, dass es also dieses reine Entwicklerteam und das reine Ops-Team gab. Und das war eben ungünstig, weil ich eben, ich habe da entwickelt. Dann habe ich irgendwas genommen, habe dieses JAN in ein Repository gelegt. Und dann habe ich gesagt, so Operations, macht mal. Und es ist klar, dass das nicht mehr so toll ist, weil man da eben diese Lücken hatte. Und meistens hat man irgendwas im Operations gefunden. Dann ist das in ein anderes Team transportiert worden, dieser Back oder das Sicherheitsloch. Dann wurde da eben gearbeitet. Dann wurde es irgendwann... Das waren träge Prozesse. Eine Sache, die hier auch noch interessant ist, dass meistens in solchen Strukturen der Bereich Sicherheit eigentlich nur in dem Ops-Team vorhanden war. Weil die haben dann ein Reverse-Proxy vorgeschaltet. Die haben dann zum Beispiel eine Firewall und Subnet-Masking und was nicht alles gemacht. Und das hat der Softwareentwickler eigentlich nur nicht mal mitbekommen. Und der war davon auch nicht berührt. So, das hat man gelernt. Also hat man daraus diese DevOps gemacht. Jetzt hatte ich also sozusagen vom Programmieren bis hin, das Ding läuft, das schon in einem Team. Aber dann waren da noch diese Sicherheitsleute. Und diese Sicherheitsleute, das waren immer ganz komische Vögel. Also Sicherheit ist irgendwie kompliziert, magisch. Ist so eine dunkle Wissenschaft, so die dunkle Künste der Magie. Und das ist immer so, ja, weiß ich nicht. Und dann hatte man so einen Security-Mann oder einer, der sich dazu berufen fühlte, dies ein bisschen mehr im Auge zu behalten. Und dann stellte sich gleich die Frage, hat der Sonderrechte? Wenn man dann fertig war mit der Arbeit, dann war das so wie, ich mache jetzt einen Performance-Test und dann wird die gesamte Architektur zerstört. So war das ja dann auch mit Security. Also ich teste ganz zum Schluss Security, das ist irgendwie blöd. Und dann wird überall nochmal irgendwas geändert. Und dann war es auch hin mit dem, ja, mit Architektur. Was ich mit dem DevOps dann erreicht hatte, war, dass ich natürlich Bugs und so weiter, also diese Funktionalen relativ schnell hatte. Also ich habe das relativ schnell umgesetzt und so weiter. Also da war dieser Financial Impact nicht mehr so groß. Aber dieses Security-Thema, das etablierte sich wie so ein zweiter Release-Zyklus. Oder das, was man durch DevOps losgeworden ist, kam durch Security letztendlich hin und wieder dran. War also nicht gut, hat man auch gelernt. Und jetzt ist man dabei, bei DevSecOps oder mit DevSecOps da umzugehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieser Security-Bereich irgendwie in meine Prozesskette implantiert ist. Also in diesen gesamten Lifecycle meiner Wertschöpfung oder in meine gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier diese Teile angucke, die ja klassisch durch DevOps gebildet sind, also Coding, Building, Testing und so weiter, wo ist denn da eigentlich dieser Security-Böbelchen? So, wenn ich da jetzt hingehe, kann ich auch gleich fragen, wo ist eigentlich der Performance-Test? Wo ist eigentlich der Qualitäts-Button? Oder Testing ist hier meistens versehen mit, ich schreibe Tests, um die logisch-formale Richtigkeit meines Programm zu beweisen. Also meine J-Unit-Tests. Aber so das Thema Qualität, da sind wir uns einig. Ich kann nicht Qualität ganz hinten einmal als Qualität-Management-Stuf haben, sondern ich muss ganz vorne bei den ersten Sachen mit der Qualität beginnen und dann kann ich eine Qualität auch wirklich homogen durchs gesamte System durchziehen. Genauso ist es mit Performance. Wenn die Algorithmen schlecht sind, dann ist die Implementierung, macht es nur schlimmer. Damit kann ich es nicht rausholen. Also ein besserer Algorithmus ist immer eine höhere Leistungsfähigkeit als eine technisch ausgefallte, tweakige Implementierung. Sicherheit ist genau derselbe Punkt. Das heißt, ich muss meine Sicherheitsaspekte von Anfang an berücksichtigen. Sicherheit muss mir sofort zur Verfügung stehen. Die Information dazu genauso auch mit Compliance. Das heißt, ich habe also nicht nur irgendwie ein Produkt, was das macht. Ich habe nicht nur irgendwie einen dedikierten Zustand irgendwo als Security-Test. Und vor allen Dingen, ich habe auch nicht einfach irgendeinen Menschen, der jetzt so, du bist der Sicherheitsmann und jetzt hängt alles an dir. Es ist ein Team-Spirit und dementsprechend spricht man hier von Security first. Das heißt, es ist eher so eine Kultur. Das heißt, jeder, der irgendwie in einem Team ist, sollte eben skilled und minded sein. Also der sollte über Sicherheit ein bisschen Bescheid wissen. Der sollte in dem Thema mitarbeiten können. Er muss nicht der super Sicherheitsexperte sein. Das ist genauso wie Performance. Nicht jeder ist ein Performance-Experte, nicht jeder ist ein Datenbank-Experte oder Operations. Es wird da Schwerpunkte in den Teams geben. Aber jedes Team sollte durch die Grundzüge dieser Sicherheit verstehen, akzeptieren, in diese gemeinsamen KPIs auch heranzuarbeiten. Dann wird das funktionieren. Und dementsprechend auch hier so früh wie möglich damit anfangen. Warum ist das denn gut oder warum sollte man das haben? Oder was sind die Argumente, die du da, Manager, dann erklären kannst? Und zwar ganz einfach. Wenn man davon ausgeht, in der Java-Welt, man hat so irgendwie 40, 50, 60 Prozent Dependencies in einem Projekt. Diese Prozentzahl kommt jetzt aus unterschiedlichen Reports. Da kann man hoch und runter drehen. Die finale Zahl ist mir auch egal. Wichtig ist, ich basiere oder sehr viel meine Arbeit, also das Synthetisieren von Use Cases, die ich dann später verkaufen und den Wert setzen kann, basieren auf grundlegender Arbeit oder Baustein, die ich aus der Open Source-Welt herausbekommen kann. Das heißt also, wie erzeuge ich ein PDF oder wie sortiere ich etwas oder Leute so ein Zeug. Open Source, super. Man kann es analysieren, man kann in den Quelltex reinschauen. Sicherheitsprobleme werden meistens schneller gefunden als bei Close Source. Aber ich muss mich darauf verlassen, dass der, der diese Open Source macht, erstens das weiter maintaint, zweitens, dass er mit Bugs halbwegs sinnvoll umgeht. Ich muss dann auch noch zusehen, dass zum Beispiel, wenn der da sagt, es ist Apache License, dass er auch alle transitiven Dependencies, die er da verfügt, einfügt, auch in einer korrespondierenden, harmonischen Lizenz da sind und er nicht irgendwo irgendwas einbindet. Das heißt, ich habe jetzt zwei Sachen. Erstens, ich muss zusehen, dass Sicherheitslücken so schnell wie möglich gefunden, postuliert und behoben werden. Und das nächste, was ich eben auch sicherstellen muss, ich muss zusehen, dass mir so diese Lizenzpolitik, das heißt Open Source, hat viele Lizenzen, viele unterschiedliche Sachen. Manche Lizenzen sind gut für mein Business, manche Lizenzen sind einfach Gift. So, jetzt muss ich zusehen, dass also alle transitiven Dependencies eben auch sauber sind. Und auch das, wenn ich das erst feststelle, nachdem ich ein bisschen programmiert habe, dann ist das ganz schön teuer. Also, sind ganz zurück, es muss über sämtliche Stacks so laufen. Dann, wie mache ich das Ganze? Klar, automatisieren, du hast eine CI-Strecke, also die CI-Strecke ist dein Arbeitspferd. Dort muss das Thema Sicherheit auch verankert werden. Gut ist, wenn man natürlich all die langweilige Arbeit einem Entwickler abnimmt, damit er sich auf das Wichtige fokussieren kann und dementsprechend auch zum Beispiel mehr Zeit hat, über sicherheitsrelevante Sachen nachzudenken. Die Reproducibility, also das Nachstellen oder das Reproduzieren von Zuständen, ist eine der wirklich wichtigen Sachen, gerade wenn es um den Bereich Sicherheit geht und das Nachstellen von bestimmten Situationen, weil man zum Beispiel bestimmte Angriffsvektoren nochmal nachbauen muss, um sie zu analysieren und zu verstehen, damit man sie dann beheben kann. Dafür ist Reproduzierbarkeit für Klippesins letzte Glied sehr, sehr hilfreich. Ich werde dir auch später zeigen, wie man das noch nach vorne treiben kann. Und es gilt im Allgemeinen eben, Bugs, Security und Compliance-Issues so früh wie möglich beheben, dann machen sie auch keinen Ärger. So, als nächstes werden wir uns jetzt die Sichtweise eines Entwicklers angucken. Wie sieht es im täglichen Leben aus? Und das Ganze habe ich umschrieben mit Security from scratch. Security from scratch. Also, wie sieht es für dich als Entwickler aus? Und zwar von der ersten Zellegruht an. Also, gehen wir nochmal zurück zu einer der Grafiken, die ich zu Beginn gezeigt hatte. Hier hatte ich diesen Teil der Entwicklung eines Teilparts, also eines Microservices oder einer Serverless Function herausgesucht oder plastisch dargestellt. Und zwar, wir haben irgendwie die Applikation, die wir schreiben, wir müssen es unter Linux lauffähig bekommen, es muss in Docker verpackt werden und dann ins Kubernetes-Universum hineingehoben werden. Was ich hier an dieser Stelle explizit abschneide, was allerdings auch sicherheitsrelevanter Aspekte hat, also bitte nicht falsch verstehen an der Stelle, aber diese ganze Konzeptphase, also wie komme ich zu Use Cases, wie implementiere ich, sagen wir mal, Sicherheit vom Konzept her schon mit rein. Solche Sachen lasse ich hier raus und fokussiere mich hier wirklich auf den reinen Synthetisierungsprozess, also sprich auf den Prozess, wie entwickle ich die Software. So, das ist das. Wenn ich mir jetzt anschaue, ich als Java-Entwickler, ich würde jetzt meine Applikation in Java entwickeln, meinetwegen Maven verwenden, um den Depensiers zu definieren und dazu setze ich dann ein Maven-Repositories, weil da sind all meine Dependencies drin. Wenn ich das dann mit Linux mache und mein Linux customise oder mein Docker-Image dann später darauf aufbaue, dann habe ich eben ein Linux, dafür brauche ich ein Debian-Repository, wenn ich Debian benutze oder Ubuntu oder sowas. So, und wenn ich das habe, dann arbeite ich irgendwann auf dieser Docker-Schiene und dort arbeite ich dann mit Docker-Registries, weil ich auch irgendwie diese Images da handeln muss oder anfange zu kombinieren oder auf bestehenden aufbaue. Und dann die Architektur, wie das Ganze gemanagt ist und so weiter, da sind wir bei Helmcharts, also hier auch wieder ein Repository. Das Interessante hierbei ist, ich habe also immer pro Technologie oder pro Stufe eigene Repositories. Die haben verschiedene Eigenschaften, aber letztendlich haben sie alles gemein. Ich habe irgendwie so diesen Platz, wo ich Dinge ablege mit einer Version, dass ich da auch zugreifen kann und ich kann hier in irgendeiner Weise kaskadieren und auch die Komposition dessen machen. So, hier, Artifactory, ist eben da eine hervorragende Wahl, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, 24 oder 26 unterschiedliche Paketmanager und da erweitern wir auch ständig, also von Nougat über Pip über, weiß ich nicht was, Helm, Docker, alles Mögliche. Also, da gibt es eine lange Liste. Das heißt, egal, wie ich mich in dieser Technologie entscheide, ich habe immer eine korrespondierende Repository-Technologie und wenn ich mal nichts habe, dann habe ich ja generische Repositories, das kann ich da auch appellieren. Aber, wenn ich in Artifactory all diese Bineries habe, dann kann ich mich mit X-Ray daran anknüpfen und all diese Bineries eben auch wirklich bis ins letzte Glied herunter analysieren. Und genau das passiert. Also, X-Ray selber, der geht halt durch, wenn er irgendwo ein Paket findet, ein Zip oder sonst was, dann entpackt er das, geht da rein, wenn er da wieder was findet, dann entpackt er das, geht da auch rein. Der geht also rekursiv von oben bis unten durch. Und der ganz große Vorteil ist, das wirst du auch später dann nochmal sehen in der Übersicht, wenn ich das in der Web-UI zeige, man sieht, dass er auch den Graphen versteht. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Jar habe, das in einem Linux läuft, was in einem Docker-Layer ist, was dann, dann sehe ich richtig, zum Beispiel in dieser Dependency, meiner Java-Bibliothek, habe ich eine transitive Dependency, die hat meinetwegen Security-Loch, dann wird das benutzt in diesem Jar, das ist in diesem Linux kombiniert mit, oh, da sehe ich, da ist zum Beispiel eine GLIP-C-Version, was auch immer drin, die hat zum Beispiel ein anderes Sicherheitsproblem. Das Ganze ist in dem Docker-Layer, in dem Image und da, also ich sehe richtig den gesamten Graphen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das dann immer wieder neu scannen müssen, weil wir müssen ja sicherstellen, auch wenn es einmal durch Produktion gelaufen ist, dass ich später solche Lücken auch noch finde, dann ist X-Trail natürlich hervorragend da drin, weil es diesen gesamten Graphen versteht, und zwar über alle Technologien hinweg. Und das hilft mir dann später auch eben zu identifizieren, da ist etwas, was dort in die Produktion gekommen ist, mit der Bildinformation, dann ist es dort im Kubernetes, genau auf dieser Maschine, da läuft das Ding, das muss ich jetzt runterfahren und neu machen. So, das Ganze ist zugänglich einmal über die Web-UI, sehen wir uns gleich an. Und was auch ganz cool ist, ich kann alles, was ich machen, diesen gesamten Funktionsvorrat und Werteverrat, der dargestellt wird, der ist auch über den Rest-API darstellbar, und damit kann ich das Ding automatisieren, fernsteuern und so weiter, einbinden in andere Sachen. Wie ist das Ganze organisiert? Also, ich muss ja jetzt irgendwie feststellen oder definieren, was passiert eigentlich, wenn. So, und da haben wir dieses Konzept bei X-Ray, dass wir sagen, wir haben als erstes diese Rule. Die Rule ist eine zustandslose Definition, was soll passieren. Das heißt, da kannst du dann so Sachen machen, wie vom CVS-Score 0 bis 3, breche ein Bild, schicke eine Mail an, starte diesen Webhook und was nicht alles. So, das ist eben das Interessante. Oder aber blocke diesen Download, dass zum Beispiel das erst gar nicht in die nachfolgenden Systeme reinlaufen kann, dass Artifactory gleich sagt, nee, das darfst du ja erst gar nicht einsetzen und haben. So, also ich habe verschiedene Möglichkeiten. Das ist aber erst mal völlig neutral und generisch formuliert. Dort sollte man auch wirklich diese einzelnen technischen Aspekte machen. Also, Mache A, Mache B, also dieses Abbilden von Sicherheits- und Compliance-Regeln auf atomare Einheiten. Das Ganze wird dann zusammengeschaltet in Policies. Eine Policy ist eine Komposition verschiedener Rules. Dort habe ich dann eher die Möglichkeit, so einen Sack von Rules mit einem logischen Namen zu versehen, sodass ich mich da eher domainspezifisch bewege, damit ich das dann zum Beispiel abgleichen kann mit Compliance-Richtlinien und so weiter. Und dann die Verbindung zu den Repositories. Das passiert über Watches. Das heißt, in einer Watch sage ich, du hast die Policy 1, 2, 3 und du guckst bitte mit diesen Policies auf folgende Repositories. Das Docker-Repo und das Maven-Repo und sonst was. Und das ist ziemlich cool, weil du kannst nämlich dann die generischen Rules kombiniert über Policies auf eine Komposition von Repositories, Bildinformationen und Ähnliches einfach ab- oder draufschauen lassen. Und du musst es nicht separieren in nur Docker und nur Maven und nur sonst was. So ist der prinzipielle Aufbau. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an. Du hast einen Use Case, den sollst du entwickeln. Du möchtest ein Proof of Concept machen, machst ein kleines Nebenprojekt auf, total frisch, hast eine leere Pomme und dann fängst du an und fügst deine erste Dependency hinzu. Was jetzt passieren sollte, ist klar. Normalerweise wäre es oder es ist ratsam, dass du sobald du diese Dependency hinzufügst in deine IDE, sofort siehst, die sicherheitsrelevanten Informationen sind zu dieser Library, die du jetzt so verwenden möchtest oder Dependency verfügbar und du hast mit folgenden Lizenzen zu tun und das bitte rekursiv durch sämtliche transitive Dependencies. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt anhand eines Beispiels innerhalb von IntelliJ mit dem X-Ray oder mit dem JFrog Plugin. Wir haben dieses Plugin auch für andere, also für Eclipse und VS Code und so weiter. Aber ich nutze halt IntelliJ und deswegen ist das Beispiel damit. So, kommen wir nun zur X-Ray-Integration in die IDE. Ich verwende hier IntelliJ. Plugins gibt es aber auch für andere IDEs wie zum Beispiel Eclipse oder Faustcode. Und das erste, was man hier machen muss, man muss die Verbindung zu X-Ray selber herstellen. In diesem Fall hier ist es ein Plugin. Und zwar kann man hier über die Plugins nach JFrog suchen und bekommt dann eben das JFrog Plugin. Ich habe schon installiert. Ich habe dementsprechend auch meine IDE schon aber neu gestartet, was bei IntelliJ halt notwendig ist. Und dann hast du danach den Punkt der X-Ray-Konfiguration. Dort einfach die URL, die User mit dem Passwort angeben, Verbindung testen und sobald das erfolgreich ist, in dem Fall ist bei mir ein X-Ray mit 3.2.6, kann man auch schon X-Ray verwenden. Ich habe hier ein sehr, sehr kleines Maven-Projekt genommen und habe einfach zwei beispielhafte Dependencies hier. Wie ist denn normalerweise dieser Workflow? Der Workflow ist, ich füge eine Dependency hinzu. Dann muss die IDE in irgendeiner Weise eben auch das mitbekommen, entweder durch einen Auto-Reload oder weil man es triggert. Ich habe es bei mir so eingestellt, dass ich es eben selber triggern muss, damit so ein Auto-Reload nicht ständig loslegt, sobald ich irgendwas an dieser POM ändere. Ich habe jetzt hier diese Dependency und nun steht diese Information eben für eine Abfrage zur Verfügung. Manchmal ist es schon passiert, manchmal kann ich auch explizit nachfragen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Lizenzinformationen. Ich sehe, hier ist diese Dependency und ich sehe, die eingesetzte Lizenz ist eben Apache in der Version und ich kann mir auch angucken, welche Sicherheitsinformationen stehen mir zur Verfügung und hier ist eben das Coms Collections in der Version 3.2 eben diese drei bekannten Probleme hat. Was noch interessant ist, ist, dass man sieht, dass es zum Beispiel für manche Sachen schon ein Fix gibt. Hier gibt es zum Beispiel die Abhängigkeit zu Collections Library und hier weiß ich, also in der Version 4.1 ist dieser, dies hier beroben und so weiter. So kann ich mich jetzt durch sämtliche Dependencies hindurchhangeln und dann überlegen, ob ich das selber, diese Abhängigkeit, die transitive Abhängigkeit dann überschreibe oder ob ich eben die Hauptabhängigkeit, manchmal ist das auch notwendig, eben schlicht und ergreifend verändere. Das kann ein Hoch- oder Runtersetzende der Version sein. Das kommt ganz darauf an, mit welchem Umstand man hier eben zu kämpfen hat. Gut, das war es aber schon, weil mehr als Dependency einfügen und sehen, was los ist, das ist schnell gemacht und damit ist man auch direkt schon bei der Definition Abhängigkeiten informiert, ob es für mein Projekt passt oder nicht. So, das war, ja, das war die Demonstration von dem IDE-Plugin. So, jetzt hast du gesehen, wie das Ganze also in der IDE aussieht für dich als Entwickler, wenn du eine Dependency hinzufügst. Jetzt wäre ja der nächste Schritt, wenn wir Cloud-Native gehen, dass wir das Ganze eben in ein Docker-Image verpacken. Was macht man? Ganz klar, man erzeugt ein Docker-File, man schreibt oben from irgendwas dahin und jetzt haben wir es schon. Also, wir haben jetzt irgendwie eine Dependency wieder. Also, es wäre gut, wenn man diese Docker-Images, die da referenziert werden, mit X-Ray gleich wieder scannt. Wer weiß, was da drin ist. Dann ist es natürlich gut, dass man selber diese Abhängigkeiten, sagen wir mal, pflegt und wenn ich dieses Docker-Image dann habe, dann lege ich es in mein Repository ab und dort ist dann eben auch die vollständige Analyse dessen. Das heißt, ich habe jetzt schon die Kombination von, ich habe eine Anwendung, ich habe sie entwickelt, ich habe alles, was da drin ist, verfügbar in X-Ray und in meinen Repositories. Ich habe es jetzt in Docker gekapselt und jetzt sehe ich eben schon, wie über mehrere Technologien hinweg eben diese Auswertungen stattfinden, beziehungsweise wie X-Ray, die helfen kann, über diesen gesamten Tech-Stack, dass man letztendlich ist es dasselbe Prozedere wie mit den Maven-Abhängigkeiten. Du fügst eben einen neuen Docker-Layer hinzu oder du hast eben einen, von dem du erbst und dann geht es los. So, das werden wir jetzt hier auch wieder machen, diesmal in der Web-UI. So, wir werden uns jetzt mal kurz anschauen, was sind die Basiskomponenten von X-Ray, wie kann man das eben einrichten und verwenden und dazu brauchst du Zugang zu einer JFrog-Plattform. Hast du noch keinen Zugang zu einer JFrog-Plattform, dann kannst du unseren Freed hier benutzen. Ich werde dir den Link dazu hier irgendwo einblenden und dann kannst du dich da registrieren. Eine weitere Voraussetzung, bevor du mit X-Ray anfangen kannst, ist, dass du natürlich in dieser Plattform ein paar Repositories hast, in denen auch Daten drin sind. Das heißt, ein Web-Repository, in dem etwas drin ist oder ein Docker-Repository. Das habe ich jetzt natürlich schon alles erledigt. Das heißt, ich habe ein Repository, dort sind auch Daten drin, weil ich dieses Repository schon mal angefragt habe. und jetzt werden wir uns anschauen, wie man dazu korrespondiert eben Watches erstellt und Ad-Hoc-Reports macht. Was ich an der Stelle jetzt gerade nicht zeigen werde, ist, wie man mit dem IDE-Plug-in sich diese Information holt. Das werden wir an einer späteren Stelle machen. Okay, gehen wir jetzt erstmal hin, loggen uns ein und man bekommt so eine Übersichtsdarstellung. Bei mir sind es jetzt verschiedene Knoten. Hier einer in Amerika, einer in Europa und einer in APEC. Das soll uns nicht weiter stören. Das hat keinerlei Einfluss auf die Funktionalität. Um also jetzt Policies, Rules und Watches anzulegen, müssen wir hier auf den Punkt, hier auf diese Zahnräder gehen, Administration, dort unten auf X-Ray und dann auf Watches und Policies. So, da gibt es ein grundsätzliches Prinzip, was ich ganz kurz erklären würde. Und zwar, diese Watches sind die Kombination zwischen Policies, der zustandslosen Schreibung, was eigentlich passieren soll, und den jeweiligen Repositories. Das heißt, die Watches sind die Verbindung zwischen technologieloser Beschreibung, was soll passieren, und den jeweiligen Technologien, also Docker, Maven, was auch immer Repositories. Policies an sich sind ein Komposit aus Regeln, also Rules. Und in diesen Rules habe ich dann die einzelnen atomaren Schritte drin, die sagen, wenn du dies findest, dann mache dies oder jenes. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Also als erstes, wir erzeugen eine Policy. Also Policy, New Policy. Man braucht einen Namen dafür. Ich nehme jetzt hier mal Policy, so, Demo Policy, also irgendwas ganz Spannendes. Daran denken, dass dieser Namensraum skalierbar sein muss, damit das eben nicht kollidiert mit anderen Namen oder so generisch ist, dass kein Mensch mehr weiß, was es bedeutet. Man kann auch eine Description dazufügen, also eine Beschreibung dazufügen. Dort könnte man auch Referenzen zu zum Beispiel internen Dokumentationen ablegen, wenn man das denn bräuchte. Wir suchen hier nach Vulnerabilities, ansonsten könnte man auch nach Compliance, also nach Lizenzen suchen, aber wir fokussieren uns jetzt mal hier auf den Bereich Sicherheit. Und dann müssen wir noch Regeln hinzufügen. Hier auf New Rule, dann wieder Namen finden, in dem Fall wieder Demo Rule, hierzu Demo Zwecken, aber auch hier wieder denkt über sinnvolle Namen nach. Und dann kann ich hier entweder diese CVSS Gruppen auswählen oder ich kann CVSS Score selber angeben. Wenn ihr nicht genau wisst, was CVSS ist, ich habe explizit ein Video dazu auf YouTube, CVSS Explained, das gibt es in Deutsch, das gibt es in Englisch und dort gehe ich dann nochmal ein, weil das Base Metric, Temporal Metric, Environmental Metric und so weiter und wie die ganzen Sachen so vom Verständnis her aufgebaut sind. Wir können jetzt einfach mal sagen, wir wollen alles suchen und nicht nur Low, Medium oder was auch immer, sondern wir wollen einfach mal alles sehen. Danach kann man dann sagen, was eigentlich dann passieren soll. Das sind also diese Automatic Actions. Diese Automatic Actions hier sind einmal Generate Violation, das ist sozusagen das Minimum, was ich brauche, damit in der Web UI ein Eintrag entsteht, den ich dann eben sehen kann. Und dazu kann ich dann noch zum Beispiel Webhooks triggern, ich kann Leute benachrichtigen, ich kann den Download von solchen Artefakten blocken, ich kann das Distributieren unterbinden, ich kann ein Bild brechen und, und, und. All diese Informationen sind einmal in der Web UI verfügbar, sie sind allerdings auch in der Command Line Interface oder über das Rest API verfügbar. So, was wir jetzt einfach noch haben wollen ist, wir wollen hier Generate Violation. So, dann sind wir aber noch fertig. Haben wir das? So, jetzt habe ich also einen Namen, ich habe eine Regel dazu hinzugefügt, das können jetzt mehrere Regeln sein und dann hier auf dem Button Create und ach, da habe ich noch ein Leerzeichen drin, ne, so ein Blödsinn. Okay, dann machen wir noch Create und jetzt habe ich eben diese Policy. Diese Policy an sich sagt noch nichts über die Technologie aus oder die Repositories, die ich damit scannen möchte. Das heißt, ich kann jetzt verschiedene Watches anlegen und so eine Policy, die ich einmal erzeugt habe, dann zu mehreren Watches hinzufügen. Dazu gehen wir zum Bereich Watches, da dann auf New Watch und hier wieder einen sinnvollen Namen aussuchen. In dem Fall ist es mal wieder mein Demo Watch, man kann auch wieder eine Beschreibung hinzufügen und jetzt habe ich hier verschiedene Sachen. Ich kann einmal E-Mails angeben, dass jemand benachrichtigt wird, wenn da was passiert oder aber oder und ich muss angeben, sag mal, was will ich eigentlich scannen? Also entweder Repositories, Bildinformationen oder eben solche Release Bundles. Wir werden jetzt nur diese Repositories anschauen. Im Prinzip läuft das als gleiches, sozusagen nur ein anderer technologischer oder Use Case Aspekt, den man da betrachtet. So, wir gucken unsere Repositories an. Also, Add Repositories. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den ich vorher meinte. Man muss solche Repositories schon angelegt haben, ansonsten hat mir nichts zum Auswählen. Ich nehme jetzt mein Maven Repository, Maven Central will ich scannen. So, und dann ist gut. Okay. Wie man solche Repositories anlegt, kommen wir noch zu, beziehungsweise gibt es auch ein YouTube-Video dazu. Man muss nur zusehen, dass in diesen Repositories auch schon etwas drin ist. Das heißt, wenn ich ein Remote Repository zu Maven Central habe, findet eine Watch noch nichts, weil ich ja darüber noch nichts geholt habe. Das heißt, in meinem Cash-Verzeichnis ist noch nichts, also der ist noch nichts zu scannen. Wir scannen also nicht auf Verdacht, einfach mal ganz Maven Central. So, dann Save. Jetzt habe ich sozusagen einen Namen. Ich habe gesagt, welches Repository. Was mir jetzt noch fehlt, ist die dazugehörige Policy. Da können wir jetzt zum Beispiel unsere Demo-Policy von gerade nehmen und die dann dem hinzufügen. So, jetzt habe ich alles zusammen, was ich brauche. Also, ich weiß, was ich tun möchte. Ich weiß, was ich scannen möchte. Ich habe das Ganze mit einem logischen Namen versehen und drücke hier auf Create. Basierend auf dem Inhalt dieser Repositories, also wie viel das ist, wird das natürlich eine Zeit lang dauern, bis so ein initialer Skin dann durch ist. Ich habe das dann schon mal vorweg gemacht. Wenn man jetzt also diese Watches sich anschauen sehen möchte, dann geht man hier auf Application und dazu Security Compliance, Watch Violations. So, hier an dieser Stelle, ich habe schon ein paar gemacht, ein paar mit Maven, ein paar mit Docker, ist egal. Da kann man jetzt hingehen und sagen, zum Beispiel, gebt mir mal den Inhalt. Wenn man jetzt so ein leeres Fenster bekommt, dann kann das sein, dass zum Beispiel in diesem Repository längere Zeit nichts passiert ist. Zum Beispiel in dem Fall die Default-Einstellung in sieben Tage. Das kann schon sein, weil wenn sich der Inhalt nicht ändert oder kein neuer Eintrag in die Vulnerability-Database kommt, dann kann auch, wenn dieser Zeit natürlich nichts gefunden werden, weil es wurde schon gefunden. Ich selektiere jetzt einfach mal All, suche und sehe da, jetzt bekomme ich alles, was über diese Watch komplett gefunden worden ist, in Summe. Wenn ich das jetzt schon mal vorfiltern möchte, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte nur die mit einer großen Bedrohung haben und bekomme dann die mit High und Critical geliefert. So, wenn ich diese Übersicht habe, was kann ich da machen? Ich kann jetzt hier zum Beispiel einmal draufklicken, dann bekomme ich so ein Details-Fenster und hier sehe ich dann, also was für ein Pakettyp ist das. Ich sehe, wie ist die Severity, das heißt, ist das hoch oder niedrig eingestuft worden. Ich sehe dann auch zum Beispiel hier so CVE-S, das heißt also, diese CVEs, das sind die Identitäten von Vulnerabilities, also CVS-S, das ist ein Scoring und CVE ist sozusagen eine Durchnummerierung von Vulnerabilities international. Da kann man dann bei Google nach suchen und sehe da, da finde ich dann zum Beispiel bei der NWD dann nochmal ein wenig mehr Informationen. Da kann ich dann also wirklich lesen, was hat es damit auf sich, wo kommt es her, wie ist der Zustand und, und, und. zuzüglich bekomme ich hier auch noch auf der rechten Seite so ein Full-Impact-Graph, das heißt also, ich sehe hier in dem Fall die Systemd-Binary ist in einem Docker-Layer drin, ist in einem Docker-Image drin und jetzt würde ich zum Beispiel sehen, dass JAR im WR, im Docker-Layer und so weiter bis hin zum Helm schaltet. Also ich sehe diesen vollen Impact-Graphen und kann dann eben auch entscheiden, was das eigentlich für mich bedeutet. So, das ist die eine Information. Das andere, was jetzt noch kommen könnte, wären Reports, Reports sind Ad-Hoc-Fragen, das heißt, ich gehe hier auf Reports, kann dann hier sagen, einen neuen Report. Hier gebe ich dann auch wieder so einen sinnvollen Namen ein. Ich sage, wonach ich scannen möchte. In dem Fall Vulnerabilities, innerhalb von Repositories. Ich suche mir ein Repository aus, zum Beispiel nehmen wir mal wieder mein Maven Central, füge das hinzu, gut ist. Dann kann ich noch ein paar additive Informationen geben, also suche ich jetzt nach einer speziellen CVE, suche ich jetzt in bestimmten Bereichen und so weiter und so weiter, mit Fixes, ohne Fixes und so weiter. Und dann generiere ich diesen Report, das ist sozusagen eine Ad-Hoc-Anfrage, das dauert, basierend auf dem Inhalt, der da drin ist und wenn das dann irgendwann passiert ist, dann gehe ich da drauf, schaue es mir an und siehe da, ich habe wieder eine Liste. Hier habe ich wieder die CVE, ich habe hier additiv zum Beispiel auch die CVSS-Werte 2 und 3 und wenn ich da draufklicke, bekomme ich auch die einzelnen Komponenten von diesem CVSS-Wert, damit ich diesen besser sagen wir mal beurteilen kann, plus Fixed-Version und so weiter. Wie ich das jetzt als verwenden möchte, kann ich einen Export machen, entweder als PDF, CSV oder als JSON und kann das dann entweder maschinell weiterverarbeiten oder PDF benutzen, wie auch immer ich das machen möchte. So, das sind erstmal die Möglichkeiten, wie ich nach Vulnerabilities und Compliance-Issues innerhalb der WebUI suche. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie also das in der WebUI aussieht. Wir haben gesehen, wie man Policies, Watches und so weiter definiert, wie ich da drauf zugreifen kann. Man hat jetzt auch die Übersicht, also nicht nur innerhalb der IDE, sondern auch in der WebUI. Man hat den gesamten Abhängigkeitsgraf letztendlich damit definiert. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns überlegen müssen, wie läuft das jetzt in Kubernetes? Das heißt, die Anwendung ist da, es läuft in den Linux-Inside-Docker und jetzt habe ich diese Docker-Images. Ich muss jetzt die Komposition in Kubernetes hinbekommen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was so die typischen Sachen bei Kubernetes sind, dann kann man, ob man Reports nimmt oder einfach im Web mal selber sucht, da wird man fehlen, dass zum Beispiel viele Sachen im Bereich Sicherheit ganz letztendlich augenscheinliche Dinge sind. Zum Beispiel, benutze keine Plain-Text-Passwords. Okay, gut, muss ich abstellen. Dann, benutze keine unsicheren Bibliotheken. Ja, aber das muss ich ja über alle leer tun. Ein Glück, dass X-Ray genau über alle leer auch gehen kann. Gut, kann ich also unter Kontrolle bekommen. Bugs. Gut, Bugs muss ich lösen oder beheben. Das ist klar. Dann der Operating-System-Layer. Klar, wenn ich das innerhalb von Linux, L-Point, was auch immer, also wenn ich irgendwas da habe, dann können auch dort Fehler und Sicherheitslöcher auftreten. Also auch hier muss ich zusehen, dass ich eben State of the Art bin und über die Informationen verfüge, dass ich das entscheiden kann. Auch das ist gut. Outdated Docker-Images, auch der Klassiker. Natürlich, wenn ich eben eine Basis nehme, nicht einfach nur mal ein Zeug hinzufügen, sondern vielleicht auch einfach mal ein Update des Images machen oder bestimmte Pakete, die ich nicht brauche, dann vielleicht auch einfach mal rauswerfen. So, jetzt habe ich also meine Docker-Images, Untrusted-Images. Ja, das heißt, wenn also irgendwas in meinem Cluster irgendwas erzeugen möchte oder irgendwas hochfahren möchte, sag mal, wo bekommt der eigentlich diese Images her? Da werde ich dir gleich zeigen, wie du da eben nicht zu den offiziellen Repros gehst, sondern was du machen kannst, damit es eben nur über X-Ray geht und damit über Artifactory. Aber, Kubernetes selber hat auch Security-Features. Natürlich sollte man die dann benutzen. So, wenn ich das alles schon gemacht habe, dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der noch, sagen wir mal, interessant, oder es gibt noch zwei Punkte. Einmal ist, ist der Punkt, sagen wir mal, das Abschottende Anwendung an sich. Das heißt, immer im Docker-Image, arbeite nicht als Root, sondern arbeite als nicht privilegierter User. So, das ist das Erste. Das ist das Zweite. Sehe zu, dass du eben so etwas wie Reverse-Proxy oder eine Firewall und so weiter hast. Auch das ist klar. Das heißt, die Summe der Angriffsvektoren minimieren, indem bestimmte, diese einzelnen Teile innerhalb des Kubernetes-Klasse also gar nicht ersichtbar sind. Ja, auch das. Klar, das sind aber alles so, so Konfiguration, Administration, so Best Practices, all sowas. Aber was ist jetzt für dich als Entwickler? Zum Beispiel, benutze ein zentrales Repository oder zentrale Repositories, damit du eben weißt, was überhaupt verfügbar ist, dass du auch unabhängig wirst von der Reproduzierbarkeit her und nicht darauf dich verlassen musst, dass zum Beispiel bestimmte Sachen noch weiterhin angeboten sind. Das ist nicht immer der Fall. Also dementsprechend muss man zusehen, dass man deine Unabhängigkeit und Reproduzierbarkeit über einen langen Zeitraum hinweg erreicht. Harden Docker-Images haben wir schon gesehen. Man scannt das Zeug, man schaut sich an, was drin ist, man fängt an, das zu updaten oder bestimmte Sachen zu entfernen. Continuous Rescan, ja, auch das muss ich machen, wenn es dann schon in Kubernetes läuft und wir haben ein Update der Sicherheitsdatenbank, dann muss ich natürlich zusehen, dass ich dann mit dieser Information auch umgehe. Sicherheit ist immer zeitkritisch. Das heißt, sobald also eine Information zur Verfügung steht, ist es einmal wichtig, sie ist am Markt, also sie wurde erkannt. wie schnell geht es von wurde erkannt mit diese Information verfügbar. Das ist unsere Aufgabe, dass wir diese Sicherheitsdatenbank, wir zapfen da sehr, sehr viele an. Wir haben dedizierte Teams, die sich nur damit beschäftigen, also das dann eben auch zu homogenisieren und bereitzustellen in unserer X-Ray-Datenbank, so nenne ich das einfach mal. Dann gibt es ein Update, das heißt, diese Information wird alle online erreichbare Installationen rausgeschickt. Wenn du On-Prem bist, dann kannst du auf einer regelmäßigen Basis, so mit der Frequenz, die du selber bestimmst, eben prüfen, ob es Updates in dieser Datenbank gibt und die dann in dein Netzwerk hereinholen und also intern bereitstellen. Und jetzt musst du alles rescannen. Das heißt, sobald dein Update ist oder eine Änderung, fängt X-Ray an, alles nochmal durchzugehen. Und dadurch, dass wir über die Technologiegrenzen hinweg diesen gesamten Abhängigkeitsgrafen haben, sehen wir auch sofort, da in dieser Maven-Dependency ist was drin, aber das ist in dem Docker-Image 1, 2, 3, 4, 5 und das ist im Helm-Chart A, B, C verwendet. Dort läuft es. Und jetzt musst du reagieren. Zeig dir gleich, wie man das noch ein bisschen einfacher machen kann und nicht manuell macht. Und dann eben Update der Libraries. Ja klar, als Entwickler. Das heißt, dieser ganze Prozess, also wie bereite ich eben etwas vor, damit es in diesem Kubernetes-Universum läuft. Da gibt es eben diese Vorgaben, serviceorientiert, kommunikationsorientiert und so weiter. Und dann letztendlich sind sehr, sehr viele Sachen neben dem, wie mache ich das äußere System sicher, also das Management von Kubernetes, also Einfallsvektoren minimieren, zusehen, dass die Sichtbarkeit nach außen nicht völlig offen ist, dass die Kommunikation zwischen den Knoten, SSL zum Beispiel ist, damit ich auch mehr in Ense-Mittel-Attacken sowas nicht machen kann, sind sehr, sehr viele Sachen schlicht und ergreifend in dem Entwicklungsprozess der Anwendung verortet. Das heißt, Libraries, Lizenzprüfung, Update entfernen von unnützen Libraries aus irgendwelchen Linux-Installationen und anderen. Also ganz klassische handwerkliche Tätigkeiten von dir als Softwareentwickler. So, Kubernetes ist ja allerdings noch so ein bisschen, jetzt muss ich ja wissen, wie ich zum Beispiel Sachen, die laufen, möglichst schnell dann wieder entfernen kann und durch eine neue Version ersetzen kann. Wir haben da zum Beispiel dieses Kubenup. Das ist ein Open-Source-Projekt, das findest du unter jfrog-slash-kubenup und was wir da haben, ist eben so ein Kubernetes-Dynamic-Admission-Webhook. Soll heißen, wenn X-Ray etwas findet, kann er Webhook starten. Wenn ich damit eben Prozesse starten kann, dann kann ich auch sagen, in Kubernetes zum Beispiel, jetzt sieh mal zu, das muss neu geholt werden. Damit aber alles eben über ein zentrales Repository geholt wird, nicht über die öffentlichen Repositories, kannst du zum Beispiel dieses Projekt hier benutzen und damit kannst du deinen gesamten Kubernetes-Cluster und alles, was da drin läuft, inklusive Kubernetes selber, eben über zentrale Repositoris reinholen. So, damit haben wir das Thema von der Entwicklung einmal durch bis zum Kubernetes-Cluster und als nächstes möchte ich dir noch ein paar Gedankenanstöße geben, wie ich meine CI-Strecke massiv beschleunigen kann und vor allen Dingen, warum True Immutability einer der richtig interessanten Schlüssel sind. So, kommen wir jetzt zu dem Punkt Speed of UCI and True Immutability. Wenn man so über Repositories nachdenkt und wir haben hier sehr viele verschiedene Typen von Repositories, so gibt es doch einige Sachen, die bei Repositories relativ generisch sind. Also, schauen wir uns den ersten Punkt an. Wir haben also irgendwelche externen Referenzen, das heißt also irgendwelche Repositories wie Maven Central, Bintray, Docker Hub, was auch immer. Und jetzt habe ich ein internes Repository. Was mache ich? Ich verbinde mich mit diesem externen Repository und benutze mein internes als Cache. Wenn ich in der Java-Welt bin, dann habe ich meinen Bintray oder meinen Maven Central. Dann habe ich mein internes Repository, also es liegt noch mal in Artifactory und dann, wenn ich das baue, habe ich es aber auch nochmal lokal auf meiner Festplatte, also in meinem Punkt M2-Folder. Das heißt, diese interne Repository, diese Instanz, diese Artifactory-Instanz ist natürlich hervorragend fürs Cachen. Das heißt, ich kann an der Stelle eben sagen, selbst wenn die Internetverbindung weg ist, ich habe die Möglichkeit, dort noch darauf zuzugreifen. Ich habe auch nur die Latenzen eines internen Netzwerks und nicht die einer internen oder einer externen Verbindung über eine Leitung, die da zur Verfügung steht. Also, ich habe so eine entfernte Welt und ich habe eine lokale Welt. Das Cachen von solchen Sachen ist relativ einfach. Wenn man sich jetzt allerdings vorstellt, sag mal, wo kommen meine eigenen Artefakte hin? Also, wenn ich nicht nur cache, sondern ich möchte auch selber etwas postulieren, dann kann ich einmal sagen, wenn ich es nur innerhalb der Firma brauche, ich pushe es eben in mein Repository und von da aus greifen dann alle zu. Oder ich pushe es eben in das Remote-Repository, zum Beispiel Bintray oder Melbourne Central oder was auch immer. Und von dort kommt es dann wieder herunter in mein lokales Repository, genau über den Weg, wie es sonst auch geht und steht dann zur Verfügung. Jetzt sieht man an der Stelle schon, es ist relativ unhandlich, wenn ich basierend auf der Situation unterschiedliche Targets haben soll. Das heißt, ich habe einfach nur einen etwas komplexeren Workflow und den muss ich zum Beispiel auch irgendwie loswerden. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn ich jetzt eine Hierarchie aufbaue, ich habe also ein größeres Unternehmen oder ich habe mehrere Entwickler, die darauf zugreifen oder ich habe zum Beispiel auch verschiedene Hardware-Anforderungen oder ich muss aus Sicherheitsgründen bestimmte Dinge zum Beispiel trennen, dann habe ich mein Externes Repositories geht in ein erstes internes Repository. Dort kann ich mit X-Ray dann scannen, dass zum Beispiel da auch keine sonderlich oder dass ich scannen kann und weiß, welche Dinge sind da und welche werden benutzt, damit ich also diese Information habe und dann postuliere ich runter in die einzelnen Kind-Repositoris in den jeweiligen Abteilungen, was auch immer. So, wenn ich das jetzt habe, dann stellen sich gleich folgende Dinge. Also, ein Kind ist immer das Superset seines Vaters. Das heißt, ich habe mindestens das, was mein Vater hat, weil das hole ich ja nach und nach runter zu mir in mein eigenes, damit dupliziere ich Binarys und das andere, was ich eben habe, oder ich habe eben eine kaskadierte Abfrage. Wenn ich sage, ich darf nicht duplizieren, dann habe ich zwar noch einmal das Binary, aber ich stelle eine Anfrage, die Anfrage geht zum nächsten, dann holt sie die und leitet weiter. Also, ich erkaufe mir sozusagen das Deduplizieren mit mehr Zeit. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie maintäne ich eigentlich den Inhalt dieser Repositories? Wenn ihr jetzt mal darüber nachdenkt, ich baue jetzt mit meiner CI-Strecke zum Beispiel jede Menge Snapshots. Brauche ich die alle? Wie stelle ich sicher, dass diese Snapshots zum Beispiel nicht in andere Bilds reinbluten? Wenn ich jetzt da auf diesen Snapshots basierend weitere CI-Strecken habe, die dann auch immer nur auf diesen Snapshot draufschauen, weil zum Beispiel zwei unterschiedliche Teams auf eine Basis-Implementierung zugreifen wollen oder so, dann habe ich immer dieses Timing-Problem. Das heißt, ich muss jetzt sicherstellen, dass also von egal welcher Seite ich anfrage und ein Bild in meiner CI-Strecke gemacht habe, dass der auch reproduziert ist. Ansonsten bin ich da ja weit weg. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, habe ich den Snapshot von gerade oder den von vorgestern bekommen. Also auch hier muss ich zusehen, dass ich dann möglichst nah am Ball bleibe. Und dann eben, wie teile ich Informationen in oder zwischen diesen Subdrehs. Das heißt, solange ich eine reine Top-to-Bottom-Struktur habe, ist relativ einfach. Wenn ich etwas jetzt scheren möchte, weil ich eben Querschnittsthemen habe, dann wird es schwierig, das abzubilden. Aber auch hier, entweder ich pushe es zu meinem Vater oder ich pushe es ganz draußen zu meinem externen Repo und warte, bis es dann durchdiffundiert. Irgendwie so richtig toll sind diese Sachen nicht. So. Dann kann man natürlich sagen, wir umgehen das ganze Problem, indem wir einfach sagen, wir bauen immer von Quelltext. Das heißt, wenn ich also Querschnittsthemen habe, jede einzelne Stufe sagt, ich gehe auf einen mir zugelieferten Commit, hole mir den Quelltext und baue das Ganze. Damit habe ich zwar ein bisschen diese Snapshot-Problematik und dieses Caching und Timeouts und so weiter Umgang. Allerdings habe ich da Rebuilds ohne Ende und ich produziere jedes Mal die Banneris neu. Auch das ist nicht gut, weil jetzt müsste hier sichergestellt sein, dass das Bauen dieser Banneris immer gleich ist. Aber schon allein beim TDD, also wenn ich zum Beispiel JUnit 5 oder 4 benutze, ist es zum Beispiel so, dass zwischen zwei Testläufen die Abfolge der Test nicht unbedingt gleich ist. Also die Reproduzierbarkeit, die hat viele Ecken und Kanten, an denen es eben nicht sichergestellt ist. Und außerdem diese Rebuilds, sie kosten einfach nur Zeit und Geld und Ressourcen. Also auch das ist nicht so wirklich der Weg, der erstrebenswert ist. Wenn man es nicht anders kann, ist das ein Weg, aber es gibt ja auch noch einen anderen Weg. Bei Artifactory gibt es virtuelle Repositories und meistens sehe ich, dass diese virtuellen Repositories, oder erst mal, was ist ein virtuelles Repository? Ein virtuelles Repository ist eine logische Hülle, die Repositories gleichen Typs zusammen aggregiert. Das heißt, ich habe jetzt mein wegen meinem Maven Central und ich habe mein Redhead-Repository und mein Vardin-Repository und alles aggregiere ich in einem virtuellen mein WebDevelop Maven-Repository. Das heißt, wenn eine Anfrage an diese virtuelle Repository gestellt wird, schaut es in allen drei nach und da, indem es als erstes fündig wird, holt es das, legt es dann in einem Cache bei mir lokal ab. Auch da habe ich dann wieder das klassische Caching. Aber für mich ist erst mal der Zugriff lesenderweise transparent. Ich weiß also in dem Moment gar nicht, habe ich es aus Repo 1, 2, 3 herbekommen. Wenn ich dann später diese Menge erweitere, ist das für mich transparent. Ich habe, ich finde etwas oder ich finde es nicht. Und wenn ich dann später zum Beispiel das Vardin-Repository wieder rausnehme, dann ist dieser Werteumfang, dieser additive Werteumfang ist weg. Ich muss mir nur noch überlegen, wie lange dürfen eigentlich solche Sachen da drin gecached sein? Das ist noch die Frage. Also wenn ich schon mal was geholt habe, wie lange darf das drin bleiben oder muss das drin bleiben? Bis jetzt habe ich aber nur lesend drauf zugegriffen. Die nächste Sache ist, wie schreibe ich eigentlich in solche virtuellen Repositories? Bei virtuellen Repositories kann ich eingeben, was ist ein Default-Repository, in dem das Push-Ziel liegt, also in dem dieses Binary dann abgelegt wird. Da kann ich ein lokales Repository nehmen, das heißt, ich habe ein virtuelles Repository. Das ist eine Komposition aus verschiedenster Repositories, Remote-Repositories, eigener lokaler Repositories oder eben auch anderer virtueller Repositories. Und wenn ich dort dann definiere, das ist dann Ziel, in das du pushst, wird es dann aufgelöst. Also entweder ich habe die Berichtigung auf das Remote oder ich habe die Berichtigung auf das Lokale oder ich gehe ins nächste Virtuelle von dem nächsten Virtuelle und so weiter. So, da kann man jetzt beliebig komplexe Strukturen aufbauen. Allerdings haben wir bis jetzt immer nur unter dem Gesichtspunkt, wie aggregiere ich und wie cache ich das Ganze angeschaut. Und da kann man jetzt einen Schritt weiter gehen. Wenn man sich mal anschaut bei einer Entwicklung eines Projektes, dann habe ich zum Beispiel jede Menge Feature-Branches. Die werden gebaut. Wo wird dieser Snapshot eigentlich abgelegt? Wo setze ich den hin? Und sobald ich ja diesen Feature-Branche merchen möchte, ich hole also die Änderung von Develop, ich baue das Ganze, ich sage, das ist valide, ich mache ein Merch-Request, da wird geproft. Sobald ich diese Änderungen auf Develop habe, wird das ja mit all den anderen Änderungen, die reingekommen sind, ja dann auch gebaut. So, jetzt habe ich ein Binary basierend auf Develop. Da könnte ich ja eigentlich sämtliche Snapshots, die vorher erzeugt worden sind, von diesem Feature-Branche einfach wegschmeißen. Das kann ich zum Beispiel machen, indem jeder Feature-Branche einfach sein korrespondierendes Repository bekommt, in dem es arbeitet. Und sobald dieser Merch-Request stattfindet, sage ich mal eine Artifactory-Installation, dieses korrespondierende Repository zu Feature Nummer 23b löschen. So, jetzt räume ich auf, ich verliere ja auch nichts mehr, weil mit dem Merch auf Develop brauche ich die Reproduzierbarkeit innerhalb des Feature-Branches nicht mehr, weil jetzt die Lebenslinie Develop ist. So, damit kann ich jetzt sozusagen sehr, sehr viele Binarys eliminieren und raushauen, vollautomatisch, weil die Frequenz, mit der Binarys erzeugt werden, ist, sagen wir mal, vor dem Push auf Develop sehr hoch. Auf Develop nimmt es ab, auf Release wird es weniger, im Pod ist es sehr, sehr langsam, ja, also wenn man das einfach noch relativ zueinander betrachtet. Das heißt, die Frequenz, mit der Binarys erzeugt werden und die Langlebigkeit dieser Binarys, also die Langlebigkeit nimmt zu, die Frequenz nimmt ab. Das ist eine der Sachen. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, bei dem ich sage, man kann es ja eigentlich noch besser machen, weil virtuelle Repositories und lokale Repositories sind sehr, sehr light-wide in Artifactory. Jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe zum Beispiel eine Web-Anwendung, da baue ich erst mein Java-Teil, dann generiere ich zum Beispiel mit NPM den Frontend-Teil oder diesen Part Frontend dazu, zum Beispiel Vardin-Versus. Ich kompiliere mein Java-Zeugs, wenn ich das habe, dann baue ich mit NPM diesen ganzen UI-Kram dazu, der dann mitdeployed wird. Dann baue ich zum Beispiel mein Docker-Image dazu, in dem das provisioniert werden soll und dann mache ich ein paar Tests und, und, und. So. Wenn ich das jetzt habe, habe ich eine relativ langlebige CI-Strecke und jetzt gehen wir mal davon aus, jeder einzelne Schritt meiner CI-Strecke hat ein eigenes lokales Repository, aggregiert in einem dazugehörigen virtuellen Repository. Das heißt, ich habe jetzt ein Output meiner Bildstufe, ich lege das in mein lokales korrespondierendes lokales Repository ab. Dann gehe ich in die nächste Bildstufe. Dort habe ich ein virtuelles Repository, was nicht nur die externen Pensies hat, sondern zusätzlich auch noch das lokale Repository meiner vorhergehenden Bildstufe. Jetzt baue ich mein Zeug und was ich mache ist, ich erzeuge mir wieder ein lokales Repository, was nur zu meiner Bildstufe gehört, lege dort die Binarys ab, die ich erzeuge und füge dieses Repository dem virtuellen Repository hinzu, was von der nächsten Stufe genommen wird. Jetzt habe ich sozusagen jeden einzelnen Schritt super sauber auseinandergebröselt. Es kann nichts ohne Kontrolle zwischen A und B hindurchbluten, aber der Vorteil ist noch, wenn ich jetzt etwas gebaut habe und die Kette bricht mittendrin ab, dann kann ich sagen, alles, was bis dahin ja valide gebaut ist, das bleibt so, die Binarys halte ich und ich setze immer wieder an dem Punkt an, an dem es fehlgeschlagen ist und das ist dann wirklich True Immutability. Das heißt, ich eliminiere damit sämtliche Rebels, das spart Zeit, das spart Binarys und vor allen Dingen, wenn etwas positiv abgelaufen ist, dann nutze es weiter, baue es nicht neu, weil dann bist du sicher, dass du wirklich immer das selbe Binary verwendest. So, und damit habe ich dann, sagen wir mal, eine sehr, sehr interessante Lösungsmenge mir erarbeitet, mit der ich auch komplexe CI-Ketten sehr effizient abbilden kann. So, jetzt haben wir gesehen, was man damit erreichen kann, mit diesen Repositories, übrigens über verschiedenste Technologien hinweg, das muss nicht nur innerhalb einer Technologie sein, die nächste Frage, die sich stellt, wie integriere ich das eigentlich in existierende Umgebung? The Power of Integration. Wir haben jetzt gesehen, was alles möglich ist mit den J-Frog-Produkten, wir sind einmal durchgegangen von der ersten Zahle-Code bis hin zum Deployment in Kubernetes. Die Frage ist, wie kann ich diese Produkte jetzt in deine schon existierende Umgebung integrieren? Ich hatte erwähnt, dass sämtliche J-Frog-Produkte, also nicht nur in der Cloud, sondern auch On-Prem laufen, auch ein hybrider Modus ist möglich, das heißt, Teile laufen bei dir in deinem Netzwerk, Teile sind eben als Service draußen, also auch da kannst du frei entscheiden, auf welcher Plattform es läuft und wie die Kombinatorik an der Stelle ist. Und dadurch, dass alle Produkte eben auch über diese REST-APIs verfügen, das heißt, alles an Funktionalitäten kann über REST gesteuert werden, habe ich natürlich die Möglichkeit der Integration hier auf Maschine zu Maschine Kommunikation auf dieser Ebene. So, ich habe jetzt mal X-Ray hier rausgeholt als Beispiel und dort kann ich zum Beispiel sagen, breche ein Bild, das heißt, ich kommuniziere mit einer existierenden CI-Strecke, das kann Jenkins sein, Team City sein, hoch integriert ist natürlich mit unseren Pipelines, aber ich kann dann auch E-Mails senden, auch das kann ich, aber die wirklich interessanten Punkte meines Erachtens sind, dass man Webhook starten kann und über REST-API natürlich auch Daten abfragen kann oder das Ganze konfigurieren kann. Also, es passiert irgendwas, die Bildstricke ABC schlägt fehl oder ich erkenne irgendetwas, ein Webhook startet einen externen Prozess und damit bin ich ja frei, ich kann irgendwas starten und dann kann es zum Beispiel sein, ich habe damit dynamische Workflows, also ich finde etwas und deswegen ist der Workflow jetzt rechts oder links rum und die andere Sache ist, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Event, ich starte ein Compliance-Werkzeug, das Compliance-Werkzeug sagt, halt, hier ist etwas, ich habe dieses Event bekommen, ich starte jetzt einen Datenexport zu genau diesen Datensätzen, die du mir hier gemeldet hast und hole dir über das REST-API die Daten raus für ein Compliance-Werkzeug zum Erzeugen von Reports oder was auch immer. So und damit bin ich jetzt in der Lage, also dynamisch mich einzubinden, als auch eine bidirektionale Kommunikation mit existierender Infrastruktur zu bauen. Damit kann ich mich eben nahtlos integrieren und da kann ich mich eben auch adaptieren an die Prozesse, die vorhanden sind. Am besten ist, du probierst es einfach mal selber aus, weil wenn du es selber probiert hast und siehst, wie es funktioniert, wirst du auch wesentlich motivierter sein, das noch weiter auszuprobieren und dann auch in die Details anzusteigen. Also geh zu Plattform Trials dort, also die URL blende ich ja hier ein, also was du machen kannst ist, du startst ein Trial entweder On-Prem oder in der Cloud und Prem heißt, du kannst selber in den Docker hochziehen oder installieren oder was auch immer. Die einfachste Variante und die schnellste ist, dass du es in der Cloud machst, dauert, weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde oder so, dann ist eine vollständige Instanz und Universum hochgezogen, das heißt, du hast da ein Artifactory, du hast da ein X-Ray, du hast da ein Pipelines und so weiter. Alles da und dann kannst du es ganz einfach testen. Also, du startest ein Trial, dann gehst du hin, erzeugst ein Remote Maven Repository, habe ja gezeigt, wie das funktioniert. Ansonsten gibt es noch andere Screencards dazu, das sollte nicht das Problem sein. Dann hast du eben zum Beispiel eine Verbindung zu deinem Maven Central. In deinem, für diese Repo erzeugst du eine Watch, basierend auf Policies und Rules. Wenn du das gemacht hast, gehst du mit deinem Java-Projekt hin und sagst dem Maven, schlicht an der Greifen, geh bitte zu diesem Repositorium anstatt zu Maven Central. Machst Maven, clean, test, verify, was auch immer du da machen möchtest. Auf jeden Fall so, dass du eben was baust und dann kannst du dir diesen Report anschauen und einfach mal schauen, wie es für dein Projekt mit deinen Abhängigkeiten aussieht. Entweder du machst das in der Watch oder du verbindest dich gleich mit der IDE dazu. Also, herzliches Eingladen, das auch so probieren und so in Summe dauert das, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde. Ja, herzlichen Dank erstmal dafür, dass du dir das angeschaut hast. Ich bin am besten zu erreichen über Twitter und lade dich damit herzlich ein, jetzt auch weitere Fragen zu stellen oder einen Austausch über Erfahrungen zu starten und und und. Ich bin also wirklich sehr Eger, würde ich schon fast sagen. Also, ich freue mich über Austausch und vor allen Dingen über Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Und ja, dann kann ich dir nur noch viel Spaß heute wünschen, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns.